Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu einem etwas anderem Video und ich bin nicht alleine, sondern auch der Stylecrafter ist dabei, der Tricksmonster, der Trickshot und ich der Tricksplayer und wir haben euch etwas anzukündigen. Und zwar geht es um die Retro-Börse für klassische Videospiele in Oberhausen am Samstag, den 14.05. Details sind unten eingeblendet, also könnt ihr auch mal nachlesen und auf Twitter könnt ihr uns natürlich folgen, da haben wir Informationen über alles drum und dran, könnt ihr uns auch folgen und nachlesen. Und wir haben auch T-Shirts für den Tag und da könnt ihr uns auch ansprechen und ja, das war's eigentlich. Da würde ich nämlich gerne den Stylecrafter fragen, was ist überhaupt die Retro-Messe oder Retro-Börse? Ja, was ist die Retro-Börse? Die Retro-Börse dort findet man mehrere Voraussstände, wo halt Retro-Spiele verkauft werden, von sagen wir mal dem ältesten Videospiel Pong bis zu PS3 und PS4 Spielen schon. Ja, aber dort sind auch nicht nur Voraussstände, sondern auch eine kleine Ausstellung an alten Konsolen und Arcade-Automaten, an denen man spielen kann. Ja, und das war's eigentlich zu der Retro-Börse, wo wir sein werden. Und der Trickshot hat noch eine kleine wichtige Information für euch. Ja, da wir schon öfters in den Kommentaren gelesen haben, dass es heißt, dass wir nur eine Person sind, wollte ich nur mal sagen, sind wir nicht. Wir sind zu viert auf diesem Kanal, betreiben wir zu viert. Und zwar halt der Tricks-Player, Stylecrafter, Tricks-Monster und ich Trickshot. Und ja, das war's eigentlich, wollten wir nur nochmal so klarstellen, damit es nicht heißt, dass wir nur eine Person sind. Ja, da können wir natürlich dem Trickshot nur zustimmen. Und außerdem ist noch eine Sache, euch ist ja aufgefallen unter den YouTube-Videos, dass wir unregelmäßig Videos hochladen. Und ja, das liegt einfach daran, dass wir einfach nur Videos hochladen, wenn wir wirklich Spaß dazu haben. Denn das war unser primäres Ziel, als wir mit YouTube angefangen haben, dass wir einfach nur Spaß haben. Und ja, ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar, folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken wie Twitter, Twitch, YouTube, alles mögliche. Und zu Zylop werden wir auf jeden Fall noch ein extra Video setzen. Und ja, ich würde mal sagen, haut rein, eure Tricks-Masters. Bis zum nächsten Mal.